moin meine lieben leute und willkommen zurück hier auf meinem kanal zur folge ocean horn 2 und wir bewegen uns sind gerade geflüchtet über dem habe bei sonnen steht und trin ist auch da unten und mal hier durchgehend bekommen wohin ein labertasche gute begibt dich zum bahnhof senora ok wir müssen aber alles einsam unterwegs nicht so wenig was verloren geht und ein paar büsche zerhacken damit wir ein paar sachen tränke und so machen können geld ist okay brauchen wir gerade nicht wir brauchen ein bisschen leben und auch ein bisschen von feuer sachen das ist der platz ich habe hier ein camp und warte für master mayfair ich frage mich, ob master mayfair und jen sicher sind. sie bedeuten viel zu mir. master mayfair war praktisch ich bin wirklich die einzige Person in der Welt mein Grandfather Archimedes trusted after my grandma Calliope died. ich war nur fünf Jahre alt, aber ich erinnere es so vividlich. er kam bei mit einem wooden sword und mich zu einem parken zu practiceen swordplay. ich würde niemals haben eine princesses nachdem. Arcadia needs knights now, mehr als immer. manchmal, ich schaue mich an die Stars und denke, wie klein meine Worte müssen in den Augen der Universität sein müssen. unser Planet vielleicht nur einer zwischen den vielen Sternen, aber diese Planet und ihre Inhalte sind ein miracle. ein Miracle sustained von sacreden Emblemen. If you close your eyes, you can hear the gods whisper around you. You can feel the power flowing through you. It's a phenomenon called Stream of Creation. It surrounds every single thing in our world, giving them place and purpose in the arc of existence. Oh, I hope I'm not boring you. Archimedes doesn't like me speaking of religion. He sees the sacred emblems and their power only as a means to an end. He wants to use that power to protect Arcadia. Someone's coming. Good morning, Knights. Our village is safe for now, but we must make haste. It is time we set out on a journey towards the white city. If we are lucky, we will make it to the Senoa West Station before nightfall. Let's go. Okay, Spielfunk schuldig gespeichert. So, begib dich zum Bahnhof Senoa. Dann machen wir das mal. Dann sind jetzt alle zu mir? Echt, die kann ich jetzt beide losschicken irgendwo hin, ne? Natürlich ziemlich cool. Wenn man es bei Kämpfen nicht so richtig nutzt. Ich glaube, die kämpfen ja auch von alleine so ein bisschen. Aber egal. Die terraformierte Planet Gaia. Der terraformierte Planet, okay. Eieieiei. Ist doch auch ein bisschen, ein bisschen groß, ne? Sieht schon imposant aus. Richtige Open World ist natürlich nicht hier, ne? Aber... Oh. 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 Der war immer noch in der Zeit, der seine Führung erzielt hat. Er hat uns sehr gut gemacht, dass er uns nicht mehr hat. Das ist es für jetzt. Nein, wie viele fallen die alle vom Himmel? Kaktos! Wieso haben wir gar nicht längst? Wir wollten mal gucken. Was war das denn? Ach, guck mal, wie so ein... Ach, Idiot, hast du gesehen? Warte mal kurz. Wir müssen einmal das umstellen. Und ein Schild wieder. Okay, aber das ist doch wie so ein Ding von... also schon sehr von Zelda geklaut. Warte mal, komm wir jetzt weiter. Okay. So. Okay, also hier ist es nicht. Definitiv. Ich muss an die andere Seite gehen. Oh, hier über die Brücke rüber, ne? Die zerstört ist. Ich muss mich auslohnen. Hier liegt noch ein bisschen Erfahrung. Du bist cute, aber angry, wie der Skiribera. Also irgendwie kämpfen die alle gar nicht so richtig. Oh, das ist mein Leben. So. Viel Erfahrungspunkt gibt es nicht dafür. Außen rum hier. Aber ich mag die Welt irgendwie. Irgendwie ist die so... Schön. Weiß auch nicht. Entschuldigung. Oh, da hinten ist einfach. Was steht hier denn? Müllerbrücke. Toll. Oh, guck mal, ob man da hinten rein kann. Da unten in den Fluss rein. Komm mal da rein. Da rein gehen. Das ist in Ithaca. Beweis auf ihren Schrauben. Wurden wir mal ein bisschen hier. Obwohl, warte mal, wir kunden mal nicht. Wir gehen mal direkt dahin, wo wir hinwollen. Dann. Dann. es ist ein brunnen da steht ein blauer pfeil drauf wenn man irgendwas machen kann oder nicht hinunter klettern und wir klettern runter sie kommen ja nur durch und das verbrennen da ich glaube wir können ja noch gar nicht hierhin aber ok besiege 50 kaktos hier verborgen mehr gibt es ja nicht aber da kann man längst okay schon gewundert ich krabbeln da schau einer her hier kann man gut materiale sammeln ok hier kommen wir nur durch wenn wir so machen mit gold 100 münzen ok wenn es wieder hoch da sind so kleine wahrscheinlich so kleine sachen die man da finden kann dafür sind wir jetzt hier dass man da hinten wahrscheinlich da rein klar du kennst wahrscheinlich den weg hast wahrscheinlich den schlüssel du kannst da direkt rein so gehen wir in die ruine rein ich treffe euch später ist auch mal ein geiler versprochen ne ich treffe euch später er weiß ja wo er hin soll kommt man denn da oben rauf die sachen ach so warte oh das hat sich richtig gelohnt diese mauern kann man die in die luft jagen wenn man das mal probieren ich will das wird das kann man wissen weißt du nicht wie viele bomben ich noch habe habe ich nur noch eine aber trotzdem würde mich interessieren aber trotzdem würde mich interessieren irgendwie guck mal weg da ah ne die habe ich immer die bomben ok die laden sich auf ne kann man nicht das ist ja blöd dann sollten sie die mauer nicht so machen dass sie so aussehen oder naja ich höre dass die bestien draußen wüten und mit ihren ramböcken gegen die tore dieser festung schlagen nur die götter wissen wie lange wir noch stand halten die ogre und goblins haben uns überrascht als wir vor einer woche aus der außenwelt einmarschiert sind und die siedlung auf dem weg hierher niedergebrannt haben wir die ritter sind aus dem weißen stadt her geeilt und haben in der alten festung von sind nur auf verteidigung aufgestellt wir haben das düste folg nur tagelang abgewirrt aber wenn ich ehrlich sein soll bete ich um ein wunder hat das heißt und weiter hat 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 oder kann man ja immer noch umändern aber achten was da kommen wir nicht durch ist ein hebel kann man was gegenwerfen haben wir irgendwo zu werfen hier vielleicht Vielleicht? Warte geht's. Oh! Gut. Hier liegen noch eine Bombe rum. Hier liegen ganz viele Bomben rum. Hätte man noch nutzen können. Brauchen wir mal einen Schlüssel, glaub ich, um da reinzukommen. Die Dreck sauf. Schau für diesen Kaktus! Wir brauchen es. Wir müssen hier hoch und dann jumpen sich gerade. Machen wir mal. Wir brauchen auch eine Droh, wie kommen wir da hin? Auf der anderen Seite wahrscheinlich. Ich laufe mal hier weiter, mal gucken, wo wir da hinkommen. Wir brauchen zum Beispiel ein Leben hier. Gibt's kein Leben? Nicht schlecht. Aber Scarabee ist äh... Alright, Bug. Du hast es gekommen. Ah! Wir müssen aufpassen, wir müssen ja nicht sterben. Wir müssen zum Beispiel ein Leben haben hier. Erledige sie, Trin. Erledige sie, Trin. Ja, das ist ein Viech da. Endlich. Jetzt aber. Ach, Mann! Gut. Nee, da waren wir nicht rein, oder was? Da müssen wir hier hoch, glaub ich. Wir sind nur diesen anderen Weg hier. Ach, hier kommt noch hoch. Tatsächlich gibt's hier kein Leben. Ängerlich für uns. Da ist eins. Gehen. Ein Tetraud. Ein Tetraud. Hier kommen wir wahrscheinlich nur mit... Feuer durch. Mit Glück haben. Guck mal. Guck mal. Jetzt kommen wir da hin, zur Truhe. Hier wird wahrscheinlich Schlüssel drin liegen. Schl-sch-sch-sch-sch-sch-schlüssel. Das ist da oben, da glänzt doch irgendwas. Ah, guck mal hin. So, dann kommen wir direkt hier rein zum Eingang. Hier noch was drin ist. Nupp. Sehr gut. Die Frage, wie natürlich der Meister dahin kommt. Hat er nächster Schlüssel oder so? Man weiß es nicht. So, Festungsunterführung. Die machen wir ab nächstes mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss. Die Zeitung. Der Untertitel der Jahre der Zinge ist nicht so. Wir wissen nicht so. Untertitelung des ZDF, 2020